Moin moin YouTuber und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video und diesmal ist es tatsächlich ein bisschen kürzer, nämlich heute ist die Verlosungsauflösung am Start und ja, um direkt schon mal zum Thema zu kommen, der Gewinner wird jetzt hier eingeblendet mit dem Kommentar, das ist der gute Tony und erstmal herzlichen Glückwunsch an dich, ihr könnt auch klatschen Leute hinter der Kamera, also du Lauberloid geht an dich raus, wir versenden es sobald es uns möglich ist, sobald wir uns halt wieder alle mal in die Normalität bringen. Nein, auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch nochmal und ja, Werte Anaconda, kann ich nur nochmal so sagen, ist natürlich eine super starke Karte und meiner Meinung nach auch mit einer der besten, vor allem weil Dragoon jetzt released wird bald, also wir drücken dir die Daumen, dass du die ziehst und Tony, auf Instagram solltest du dich am besten bei uns melden, ist ja wahrscheinlich dann auch hier oder hier oder da oder über mein Gesicht verlinkt, einfach auf Instagram gerade schreiben, dass du das bist, am besten mit irgendeiner Verifizierung, heißt, dass du zum Beispiel einen Kommentar von dir gerade anklickst, dass du den bearbeiten kannst, das wäre für uns natürlich am sinnvollsten, damit wir auch wissen, okay, du bist es wirklich und ansonsten, du schickst uns dann deine Adressdaten und wir schicken dir das Paket natürlich dann zu, Leute. Äh, Tony. Aber dann, ihr wisst natürlich dann auch Bescheid, für die nächsten Verlosungen, die bestimmt kommen werden, da dürft ihr natürlich dann auch gerne teilnehmen. Ähm, kommen wir jetzt zu der kleinen anderen Hälfte des Videos, nämlich, äh, ich hatte jetzt noch ein paar kleine Rampnotizen, so einen Mini-Kanaladdate hatten wir ja lang nicht mehr gehabt, und zwar, ähm, Fabian hatte sich überlegt, dass man vielleicht zu den Set-Previews, die ja wirklich allgemein für die Sets gefasst sind, vielleicht eine Art Arc-Type-Preview macht. Es sind ja jetzt, äh, neue Arc-Types erschienen, ähm, oder es erscheinen natürlich immer wieder neue gute Arc-Types, wo man vielleicht ein bisschen in-depth gehen kann und wirklich mal den Arc-Type an sich betrachtet und nicht nur das Set. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, vielleicht mal ein bisschen spezifisch auf irgendein Thema, äh, kennt ihr ja vielleicht von Simo oder von Team Samurai X1, aber im deutschsprachigen Raum haben wir das jetzt noch nicht so wirklich oft gesehen, also schreibt's einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und, ähm, im Moment, ich hab's schon in einem Community-Post geschrieben, äh, ist natürlich alles ein bisschen blöd, weil wir uns nicht wirklich, ähm, in Persona sehen können, aber, äh, ja, wir versuchen natürlich euch die Videos zu liefern, die ihr eigentlich auch sonst von uns gewohnt seid, heißt Deck Profiles Duelle ETC. Und, äh, des Weiteren, wie gesagt, im Community-Tab schon beschrieben, sind wir im Moment dran, so eine Art provisorisches, äh, 1000-Abonnenten-Special aufzunehmen, wo ihr uns vielleicht mal ein bisschen eher kennenlernen könnt. Und, äh, wie gesagt, alles geschrieben, äh, ich hoffe, ihr habt's bekommen, also, Community-Tab ist ja für uns ein bisschen Neuland, aber, äh, auf jeden Fall eine Funktion, die wir durch die 1000-Abonnenten freigeschaltet bekommen haben. Und, äh, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, ich spreche natürlich im Namen von uns allen Fünden, äh, ja, unbeschreiblich, absolut krass, ihr seid der Hammer, macht weiter so, Leute. Und vor allem in der Zeit hilft uns das einfach nochmal motivierter, die Sache ranzugehen und euch diese tollen Videos, wie ihr das hier, zu bringen, Leute. So, Leute, ich, äh, benutze die Gelegenheit, äh, jetzt nochmal, um auf etwas hinzuweisen, was vor einem Dreivierteljahr bei uns auf dem Kanal schon mal vorgekommen ist, aber natürlich, die Reichweite war nicht die gleiche wie jetzt. Und, äh, da nutzen wir die Gelegenheit, wie gesagt, und weisen nochmal auf das Postfach hin, was bei jedem Video in der Beschreibung der erste Eintrag ist, Leute. Also, ähm, wenn ihr uns was zusenden wollt, könnt ihr da alles gucken, wohin, wie, wo, was. Ähm, die Bedingungen dafür stehen dann einfach mal jetzt gerade hier, äh, lassen wir noch ein bisschen da eingeblendet, Leute, damit ihr euch das auch mal, äh, wirklich verinnerlichen könnt. Und, ähm, warum machen wir das überhaupt? Wir wollen euch die Gelegenheit geben, ein bisschen eher mit uns in Kontakt zu treten, sei es jetzt in einer Briefform oder ihr malt uns irgendwas. Oder ihr schickt uns einfach nur Karten, Matten, Deckboxen, die wir dann signieren und euch zurückschicken. Können wir alles gerne machen. Wir machen das nicht da aus dem Grund, damit wir eure Karten geiern, die ihr uns vielleicht sogar schenken wollt. Das ist gar nicht der Grund. Wir wollen einfach euch was zurückgeben und es wird natürlich alles auf Kamera dann geöffnet und vorgelesen. Ähm, natürlich markiert dann einfach die Sachen, die wir vorlesen dürfen. Alles weitere, was vielleicht nur an uns privat geht. Dann macht ihr irgendwie ein X da drauf oder was weiß ich. Da werdet ihr euch schon was einfallen lassen. Und, äh, ja, nur nochmal, um darauf zurückzukommen. Wir haben ein Postfach. Wir würden es gerne benutzen, Leute. Und wir würden auch dann wirklich ein eigenes Format dafür aufmachen, um eure Sachen vor Kamera natürlich zu öffnen, Leute. So, und jetzt genug geschnackt, Leute. Ähm, das war's hier von diesem kleinen Kanal-Update. Ähm, wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Und, äh, hab ich ja gerade eben auch schon gesagt, bei den nächsten Verlosungen bitte auch wieder so zahlreich teilnehmen wie bei der letzten hier. Klar, äh, je mehr ihr werdet, desto schwieriger wird es natürlich für euch auch was zu gewinnen. Aber, äh, geht die Hoffnung nicht auf. Ähm, wir machen es auf jeden Fall fair. Und, äh, ja, es wird sich bestimmt noch irgendwann ergeben, dass wir vielleicht auch mal ein, zwei Sachen mehr verlosen als nur eine Dual-Overload-Box. Aber, ich möchte nicht zu viel irgendwie vorab wegnehmen oder so. Sonst kommen wir hier noch in Teufels Küche. Also, Leute, ähm, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und bitte schreibt eure Meinung in die Kommentare zum eben angesprochenen neuen Formatvorschlag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da rein, bleibt gesund, Leute. Und ciao, ciao. Hau da rein, bleibt gesund, Leute.